Zwei aufregende Testtage in Misano liegen hinter uns, liebe motorsportprogramme.com Freunde und MotoGP Freaks Marc Marquez gibt sein Comeback, Yamaha zeigt einen ersten Prototypen für 2023, Alessio Spargaro verletzt sich, all das und noch viel mehr jetzt in unserer Testanalyse. Zwei Tage lang bestes Wetter haben die MotoGP-Fahrer ihre Teams und Hersteller in Misano präsentiert bekommen. Schnellster Mann an diesen beiden Testtagen war Fabio Quartararo, der Weltmeister und WM-Leader in 31 054, diese Zeit hat er Mittwochnachmittag gezielt, somit sogar unter dem Pole-Rekord, also richtig flotte Zeiten in Misano. Kurz dahinter Francesco Pagliaia, Mary Cuniales in Erba Stenini, Alessio Spargaro, ein Schweizer war auch im Einsatz an diesen beiden Testtagen, Dominic Egeta als Ersatz für Joan Mir auf der Suzuki im Einsatz, 33 Runden ist er gefahren, leider nicht mehr, weil Suzuki eigentlich nur am Dienstagvormittag getestet hat, dann hat er zusammengepackt, Suzuki steigte mit Saison der aus der MotoGP aus, dementsprechend wenig gab es da zu testen, 33 Runden für Dominic Egeta, aber in diesen 33 Runden hat er sich mehr als gut geschlagen, knapp 2,4 Sekunden Rückstand hat er aufgerissen in diesem ersten Testtag auf die Spitze, also für sein eigentliches MotoGP-Debüt muss man sagen sehr gut, Dominic Egeta ist schon mal MotoGP-Motorräder gefahren, 2014 damals die FTR Kawasaki, immer Winzer Team, aber das war ja ein CAD-Bike, ein verbessertes Superbike sozusagen, also zum ersten Mal wirklich auf einem Prototypen, so gesehen absolut ansprechende Leistung von Dominic Egeta. Alle Augen waren im Isana aber natürlich auf Marc Marquez gerichtet, nach 100 Tagen das Comeback auf einem MotoGP-Bike und es ist durchaus ordentlich gelaufen, Platz 13 in der kombinierten Seitenliste über die beiden Tage, 0,588 Sekunden Rückstand nur auf die Bestzeit, also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, insgesamt 100 Runden ist er gefahren, 39 am Dienstag, 61 am Mittwoch, aber das ist ein bisschen das Problem, sehr kurze Runs waren das nur, meist sind es ungefähr sechs Runden gewesen, eine Outlab, eine Inlab, vier fliegende Runden, von den vier fliegenden Runden hat er uns verraten, war es aber auch meistens so, dass er ein bis zwei, meistens zwei genutzt hat, um quasi ein bisschen warm zu werden, um den Körper auf Betriebstemperatur zu bringen und dann zwei Runden nur wirklich gepusht hat. Im letzten Run am Mittwoch ist er mal einen längeren Run gefahren, sieben fliegende Runden, da hat er gesagt, das war so ein bisschen so eine Standardbestimmung, mal schauen, was geht eigentlich, aber er hat gemerkt, okay, diese sieben Runden, das war eigentlich schon zu viel und dann war der Testtag für ihn auch vorbei. Um das Ganze ein bisschen einzuordnen, sieben Runden im Isana, das bedeutet ungefähr ein Viertel der Renndistanz, nur 27 Runden ist da die Renndistanz, also da sieht man, er ist schon noch relativ weit weg von seiner Topform, Problem sind in erster Linie die Muskeln aktuell, also die Muskeln im Oberarm, in der Schulter, Ellbogen, da ist er einfach durch die lange Verletzungspause, durch die lange Pause auch überhaupt im Training relativ viel Muskelmasse verloren gegangen und die gilt es natürlich wieder aufzubauen für Marc Marquez. Große Frage, kann er in Aragon sein Renncomeback geben? Die Entscheidung ist noch nicht gefallen, Marc Marquez hat uns Mittwoch verraten, Sonntag, Montag, irgendwo darum wird die Entscheidung fallen, ob er dann tatsächlich in Aragon am Start stehen kann. Jede Menge Neuigkeiten gab es bei Honda aber auch an der Technikfront. Stefan Bradl hat etwas getestet, von dem wir vor ein paar Jahren noch nie erwartet hätten, dass das mal passieren kann, und zwar eine Kalex Schwinge an einer Honda. Honda sucht sich Hilfe beim kleinen deutschen Hersteller bei Kalex, bei der Marke von Alex Baumgärtel und Klaus Hirsekorn. Ganz interessant, eine Aluschwinge, das ist ja die große Spezialität von Kalex, aus dem Rahmenbau in der Motor 2 auch, in der Superbike-WM hat man auch schon Schwingen geliefert. Bisher hat Honda ja auf Carbon gesetzt, jetzt eben diese Aluschwinge aus dem Hause Kalex, die ist Stefan Bradl da schon mal gefahren in diesen ersten beiden Testtagen. Genaueres Feedback dazu erhalten wir nicht, weil Stefan Bradl, wenn er nur als Testfahrer im Einsatz ist, dann gibt es da keine Medientermine. Das Ziel ist aber natürlich ganz klar, mehr Krippe am Hinterrad zu damit geben, das ist eine der ganz großen Schwächen der Honda RC213V aktuell. Gaben aber jede Menge mehr Updates zu sehen an der Honda, unter anderem diese Downwash-Ducts, die wir von der Ducati kennen, also diese Kanäle in der Verkleidung, die die Luft nach unten leiten und dann auch, so nach Vorbild der Aprilia kann man sagen, diese im unteren Bereich der Verkleidung stark ausgewölbten Elemente, beides verfolgt in etwa das gleiche Ziel und zwar geht es da darum, einen Ground-Effekt zu erzielen in Schräglage, also das Motorrad quasi an den Boden anzusaugen und somit eben für mehr Stabilität, mehr Grip in Schräglagen zu sorgen. Außerdem waren an der Honda noch zwei neue Lufteinlässe zu sehen, also Lufteinlässe an der Front in zwei unterschiedlichen Varianten, ein neuer Auspuffahrt zu sehen, also wird wahrscheinlich auch im Bereich des Motors einiges gearbeitet, wir wissen ja Honda, jede Menge Aufholbedarf ist im Moment wahrscheinlich das schwächste Bike im MotoGP-Grid, somit durchaus verständlich, dass da bei Honda einiges an neuen Teilen zu testen war. Im Yamaha Lager gab es die erste Ausfahrt auf dem 2023er Prototypen für die nächstjährigen Einsatzfahrer Fabio Quattararo und Franco Morbidelli. Worum wird da gearbeitet? Das ist ganz klar Motor, das ist das große Problem der Yamaha seit vielen, vielen Jahren und da hat man sich für 2023er externe Hilfe geholt. Luca Marmorini wurde verpflichtet, ein Mann aus der Formel 1, der hat dort schon Triebwerke konstruiert für Toyota und für Ferrari. Mehr Power soll er eben bringen und es ist ein Ziel, das durchaus schon zumindest teilweise erreicht werden dürfte. Im Vergleich zum Rennwochenende in Misano war man deutlich näher dran in den Top Speed Charts. Fabio Quattararo war am Mittwoch weniger als 2 kmh hinter Spitzenreiter Jorge Martin auf der Ducati. Ist natürlich immer alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber der Trend ist schon auf jeden Fall mal positiv für Yamaha und auch das Feedback war sehr positiv. Fabio Quattararo und Franco Morbidelli haben das beide gelobt. Die Aussagen waren, dass der Charakter grundsätzlich gleich geblieben ist, also dieser angenehme Charakter des Yamaha Motors, aber vor allem in höheren Gängen, höheren Drehzahlen, da hat der neue Motor deutlich mehr Power und das ist also alles, was man sich quasi davon erwartet hat. Natürlich jetzt nur mal ein erster Prototyp, da wird auch einiges passieren bis hin zum ersten Rennen dann im März in Portimao, da hat man ja auch noch jede Menge Zeit, aber die erste Standardbestimmung mit dem neuen Motor mal sehr positiv für Yamaha. Ganz interessant auch noch, was uns Massimo Merigali, der Teammanager, verraten hat und der hat gesagt, sie glauben einen Weg gefunden zu haben, wie sie auch in der restlichen Saison 2022 schon ein bisschen mehr Power generieren können. Interessant deshalb, weil die Motoren sind ja eingefroren, also man darf ja am Motor selbst im Laufe der Saison nichts weiterentwickeln, aber es gibt natürlich immer ein paar Parameter, die man da verändern kann, ein paar Details, an denen man arbeiten kann, vom Lufteinlass bis zum Auspuff, werden wir sehen, was da Yamaha sich einfallen hat lassen und auch interessant, ein neues Chassis wurde getestet und das könnte laut Yamaha schon am kommenden Rennwochrente in Aragon zum Einsatz kommen. Auch an der Aprilia RSGP war ein neues Chassis zu sehen und das könnte ebenso wie das neue Chassis bei Yamaha schon in Aragon zum Einsatz kommen. Ansonsten nicht sonderlich viele Updates bei Aprilia, ein bisschen neue Aerodynamik, den Heckflügel, den wir bereits am Rennwochenende in Mugello gesehen haben, der ist wieder getestet worden. Leider ein bisschen negative Nachrichten, auch aus dem Aprilia lag ein schmerzhaftes Ende, hat dieser Test für Alessio Spargaro für den WM an Werte genommen. Der ist am Mittwoch in der schnellen Kurve 13, dieser schnellen Rechtskurve abgeflogen, hat sich den kleinen Finger an der linken Hand gebrochen. Glück, im Umgekehr, eine Operation soll nicht nötig sein und Alessio Spargaro ist zuversichtlich, dass er am Rennwochenende in Aragon voll einsatzfähig ist. Dann haben wir noch zwei Hersteller, die wir noch bearbeiten müssen. Ducati, auch da nicht sonderlich viel zu sehen, ein bisschen Aerodynamik, ein bisschen Chassis getestet. Wir wissen ja traditionell bei Ducati die richtig großen Updates, die zaubert man da meistens nach der Winterpause relativ kurz vor dem Saisonstart raus, um da vielleicht auch der Konkurrenz nicht die Möglichkeit zu geben, da ein bisschen abzuschauen. Und KTM haben wir da noch. Da war kein klassischer 2023er Prototyp im Einsatz, aber immer wieder ein paar 2023er Teile. So hat man uns das bei KTM erklärt. Dani Pedrosa, der Testfahrer hat einige verwendet, auch Brad Binder. Das war so das Programm im KTM Lager. Das war's mit unserer Analyse vom Misano Test. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen. Unseren Kanal abonnieren, falls ihr das auch nicht gemacht habt und am besten auch gleich die Glocke läuten. Denn dann gibt's jedes Mal ein Update. Wenn wir hier neue Videos haben, kommende Woche ist es wieder soweit. Wir reisen nach Aragon und melden uns. Donnerstag, Samstag, Sonntag. Ihr wisst Bescheid. Für heute war's das. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal und ciao.